Wir stellen an diesem Wochenende hier in Vechta bei Audi Klöker den neuen A4 und den neuen A4 Avant vor. Unter dem Motto, weil Sportlichkeit genau zu mir passt und der Sportlichste seiner Klasse, präsentieren wir hier mit einigen Kooperationspartnern Sportlichkeit, vegane Ernährung, gute Ernährung, insgesamt Wellness in Form von Wellnessreisen oder auch mit dem Hotel Burg Winklage Villa Vita dabei. In der Mittagszeit waren schon 250 Gäste hier vor Ort und haben unsere Aktivitäten direkt mitverfolgt. Jetzt ist der Sonntag, da erhoffen wir uns natürlich noch ein bisschen mehr Besucher, aber wir sind auf dem besten Weg, die Bude voll zu bekommen heute. Man muss sich schon immer was Neues einfallen lassen, damit auch die Leute tatsächlich ihre Häuser verlassen und zu uns kommen möchten, um interessante Dinge zu erleben und eben ganz, ganz hochwertige, tolle Produkte bei uns erleben zu können.